Zwei Häuser, beide gleich an Rang und Stand, hier in Verona, wie ihr es gleich erlebt, entfachen alten Hass zu neuem Brand, bis Bürgerblut an Bürgerhänden klebt. Was ist das für ein Mädchen, das diesem Ritter dort die Hand veregert? Romeo hat Zwiebald erschlagen. Romeo darf nicht leben. Meine einzige Liebe stammt von meinem einzigen Hass. Zu unbekannt geküsst, erkannt erst nach dem Kuss. Was ist das? Eine Liebesmissgeburt ist das, dass ich den Feind, den ich so hasse, lieben muss. Mein Instinkt sagt mir, dass mit diesem Fest heute Nacht irgendwas, was noch in den Sternen hängt, unerbittlich seinen Anfang nimmt und dem erbärmlichen Leben, das in meiner Brust verschlossen ist, eine Frist setzt, die abläuft, denn dieses wertlose Pfand einen vorzeitigen Tod verfällt. Das ist das, was noch in der Brust. 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 Untertitelung des ZDF, 2020